Weißt du, was geht? Wie geht's euch alle so? Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Das freut mich total. Warum seid ihr da? Habt ihr Lust auf mich oder was? Läuft nichts besseres? Deswegen bist du da. Läuft doch hier. IMAX. Läuft doch. Alle da, eure Stars. Eliasen ist da. Uho, Aga, Boku, Jedi. Montana Blacks ist da. Eine Sache ist ganz wichtig. Die hab ich jetzt vergessen, Digga. Digga, ich weiß nicht, was es ist. Ich seh da irgendwie aus wie Monte, Digga. Digga, ich weiß nicht, was es ist, ne? Irgendwie gibt mir das so richtig krasse Monte-Vibes, Digga. Wenn ich nicht hier wär, ich wär drin. Bei Raven's Side, ich wär ja nur da drin. So. Sieht doch gut aus, Chad, oder? Chad, ich glaub, die wird sehr gefährlich. Der wird so gefährlich, kommt. Komm schon, komm schon, bitte, 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 komm schon. Hä? Hä? Genauso viel Pizza wie vorher? Not evenly spread? Not melted enough? Du dummer. Wofür arbeite ich denn, Digga, wenn ich sowieso viel Mühe gebe? Das Spiel hat 9 Euro gekostet. Das war so eine Sch***e. Noch mal zwei kleine. Hä? Was passiert? Der ist mal ein Ofen explodiert. Kann ich irgendwie ausbrechen? Ja! Ich bin frei! Hey, ich bin frei! Das ist eine Matrix. Meine Mama! Meine Freundin! Mit voller Aussicht auf den... XXX-Stuhl in Friedrichshavn. Hey, weg, mach hier. Oh, oh, abo, Digga, die Bosen. I can't slow. Bro! An so Tagen vermisse ich's, dass Basti sich nicht zeigt. Stell dir vor, wir können jetzt hier mit Basti auch rumballern, Junge. Das wäre so krass. No joke. Ich wurde vorhin gefragt, ob ich's manchmal schade finde, dass ich auf manchen Events nicht sein kann, weil ich mich nicht zeige. Ja. Bin ich. Tira-Kaktus. Oh mein Gott! Junge, das ist ja übergeil! Bestes Twitch-Duo 2022 gewinnt dieses Jahr... Papa-Platte! Ja! Let's go! Öwe! Ja! Weißt du, was ich für ein Störzeichen bin? Opfer! Avada! Kidara! Das hat irgendwie extra geknallt. Habt ihr das gehört? Einer hat geschrieben, er kann das nicht mal hier. Oh, Chat, habt ihr das schon gesehen? Die Twitch-Mods sind auch hier im Game. Da ist noch eine Nachricht in der Mod-Langestang im Stream, kannst du ja mal gucken. Chat, es tut mir so leid. Es tut mir auch so leid an die Ladies. Ladies, kurz 10 Sekunden Ohren zu halten. Aber wenn ihr über Snapchat schon ausgemacht habt, beim First Date, macht ihr Arsch. Und dann packt ihr ihn zum ersten Mal aus und sie sieht, wie groß er ist. Dann macht sie solche Augen. Dann. Weiter! Carsten, kannst du mit einer Hand klatschen? Weile Frage wieder, Digga. Tatsächlich nur, wenn dein glatzköpfiger Vater im Kino vor mir sitzt. Oh, Choker! Was ist dieses Ey-Wah? Das haben wir sonst nur beim Street-Tinder. Ey-Wah ist die Abkürzung für Ey. Was bist du für einer? Ey-Wah. Ey-Wah! Einfach abgekürzt. Heute spricht man nicht mehr alles aus. Freunde Ey-Wah, ich bin der Sören. Und gemeinsam gehen wir in die 9b und machen unser Abitur. Ey-Wah erklärt für Dummies. Letzte sieben Tage. 51 Euro. Unterwand, auch mal 100 Park. Was ist denn? Die schätzen gar nichts mehr. Guckt euch mal, wie abgehoben eure Lieblings-Streamer sind. Die lachen über 50 Euro. In dieser ersten Folge haben wir 200.000 Jams aufgeladen. Also fast 2.000 Euro. Da sitzen jetzt einige zu Hause und sagen sich, was? Für das, was der macht? Ich gehe für 400 Euro putzen. Den ganzen Monat. Was soll das denn? Abgehoben, alle. Diese Jungen. Dega, was bringt das dir denn, wenn du da vor 14 Leuten das Spiel gehst? Schatz da. Die sind immer so gemein, ey. Zum, zum, wie heißt der? Strubbelpeter. Nice try, bro. Ich kenne niemanden, der so viel am Handy ist im Stream wie er. Wirklich, ich lasse das nicht mit dir immer da, äh, Dings. Das ist ein echt guter. We go. Alles abgast. Should I want to speak? Uwa. Trying to call you telly. Trying to call you telly. Here we go. Eli Jalla. Fire with me. Uwa. Like I'm not with a telly. Oh, uwa. Fire with me. I'm not with a telly. Oh, uwa. Nein, für alle, die der Meinung sind, dass meine Freundin existiert, existiert, Chad. Bro, das ist helle cringe jetzt. Das ist helle cringe. Freunde, das ist mein Freundin. Oh, wie ich, Digger. Hey, sie ist blond. Wer hätte das gedacht? What the f***? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir heute ein Format komplett gerippt von Ludwig. Ich habe mir auch passend dazu seine Haarfarbe gerippt. Ja, hey. Cool, Mann. Hallo, Leute, ich bin's, Powerplatte. Ja, es ist nur mit mir zusammen wegen dem DL-Chap und wegen dem Film. Ja, was soll ich sagen? Es ist süß. Man, Junge, meine Freundin sind nicht mit mir zusammen, weil ich Geld hab, Chad, sondern weil ich einfach ein netter Typ bin. Ich hatte schon eine Freundin, da war ich Broke AF, Mann. Aber halt jetzt nicht so eine Süße, aber das kam dann anscheinend durchs Geld an. Würdest du sagen, ich bin ein guter Fang? Auf jeden Fall. Ah, Pipp! Gerne rein, gerne rein! Okay, man, let's go! Mensch, das aus, Mann. Mann, das schmeckt übertrieben ekelhaft. Ja, X. X oder nie wieder Sex. Boah, Digger, dann weg damit. Heilige sch**er ur. Boah, das geht jetzt richtig schnell, das hier. Boah, Leute, das war knapp. Also meine YouTube-Page sieht gerade aus wie so, ähm, ja, wie so eine TikTok-Page irgendwie. Da sind so ganz komische Sachen drauf. Soll ich dir mal kurz zeigen? Da sind so wilde Sachen drauf. Zum Beispiel das hier. Was ist das für ein Video? Wieso habe ich das auf meiner For You-Page bei YouTube? Warum im Frieden-Youtube sowas? Ich will vielleicht jetzt nochmal, da wird wieder was im Video sein. Passt auf, hier. Arabic Better Call Saul Team Extended, One Hour. Bruder, ich gucke diese Videos nicht. Das ist wie eine TikTok-Page, das ist nur noch random. Herstin Ott, das ist der Gart. Einfach Nein, so weit wie wir doch nie sein. Ja, der Songtitel passt auf jeden Fall. Einfach Nein. Jetzt connecte ich mich gerade mit Elutrix Cast. Wir wollen uns regelmäßig zum Aufnehmen treffen. Habe ich wieder Elutrix und Carsten gesagt, Elutrix und Sloo Schmeier natürlich. Ganz wichtige Info aber noch. Vielen Dank, das Ganze muss bezahlt werden, diese geile Übertragung. Und ein Partner von Max von Trimax. Ich wünsche mir ein bisschen Football-Vibes. Ich bin aktuell richtig gehypt. Ich gucke es mir gleich an, auch wenn der kleine Mann nichts verstehen kann. Wichtig ist zu sehen, wie hübsche Männer gehen, wie hübsche Männer fallen. Und dann kann ich mir einen drauf reilen. Liebe Ladies, ich bin zwar nicht bei der Feuerwehr, aber mein Schlauch kann auch spritzen. Oh Mann, war das peinlich, Digga. Oh Mann, war das peinlich, Digga.